In der Werkstatt wartet Antoine auf seine neue Lieblingskundin Katja. Also ich bin heute da und möchte meine Stühle abholen und ich hoffe, dass ich den Unterschied merke, davor und danach. Hallo Katja. Hallo. Schön, dass du da bist. Willkommen. Hallo Katja. Ganz freudestrahlen bist du. Hast du deine Stühle vermisst? Ja. Sie standen vorher in der Küche. In der Küche und jeden Abend in der Küche, habe ich sie gedacht. Was erhoffst du dir denn? Was waren so die Macken, die dich am meisten gestört haben? Also die Furnier, weil man konnte es sofort sehen und man blieb mit dem Hang da hängen und ja. Oder mit so schönen Welt, mit so schönen Westen. Genau. Ja, das ja. Antoine, du hattest ja ein bestimmtes Budget. Was hast du alles gemacht oder was waren da für Schwierigkeiten? Das Furnier ist ein ganz dünnes Furnier, was da drauf ist und das war an unzähligen 20, 30 Stellen kaputt und du hattest leider nur ein sehr geringes Budget, um die Schwierigkeiten zu machen. Und ich hoffe, ich merke jetzt den Unterschied. Ja, das hoffe ich auch. Antoine, zeigst du uns das Ergebnis? Ja. Das Furnier der alten Stühle war stark beschädigt. Unzählige Fehlstellen zogen sich über die gesamte Oberfläche. Der Zahn der Zeit hatte ordentlich an den Sitzmöbeln genackt. Nach der Reparatur sind die Schäden kaum noch sichtbar. Alle Lücken wurden mit Kitt gefüllt, die Oberfläche ist wieder glatt und das Holz glänzt. Ist ja, das ist schon einheitlich und dunkel. Ich habe jetzt erst probiert, das mit Farbe zu machen. Das ging also gar nicht. Die sind jetzt alle gekittet, die Stellen. Und das war wirklich sehr aufwendig. Also, jeder, alles musste abgeschliffen werden. Mir ist es auch gelungen, diese weiße Malerei einigermaßen zu erhalten, was sehr schwierig ist, weil der Kitt muss ja wieder abgeschliffen werden. Und wenn man das richtig machen möchte, muss man einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden damit. Auf jeden Fall. Ach und dann, vielen Dank nochmal zum ganzen Herz. Sehr gerne. Dankeschön. Danke dir, Katja. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Für Katja haben sich die 200 Euro Investitionen in ihre Lieblingsstühle voll gelohnt. Ich war sehr überrascht, dass Antoine es so toll hingekriegt hat.